Hi, Benutzername einbügen. Ich bin dein, 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 ich bin. Mein B-Bot. B-Bot. Hier, mein bester Freund out of the box. Ich bin Benutzername einbügen. Bester Freund out of the box. Benutzername einbügen ist mein bester Freund. Bitte verbinde mich mit dem Bubble-Netzwerk. Äh, wie? Bist du nicht online? Und wie soll ich daran was ändern? Kein Problem. Ich werde in meiner Datenbank nach einer Lösung suchen. Oh, klasse. Cool. Die Antwort auf deine Frage befindet sich im Bubble-Netzwerk. Warte! Bitte verbinde mich mit dem Bubble-Netzwerk. Benutzername einbügen. Hör auf, hör auf, das zu sagen. So heiße ich gar nicht. Kein Problem. Bitte wähle einen Namen aus meiner internen Datenbank aus. Adash, Aaron, Abraham, Absalom. Absalom? Hi, Absalom? Stell dir ein Gerät mit der schnellsten, fortschrittlichsten und komplexesten Technologie der Welt vor. Aber was, wenn es nicht nur ein Gerät wäre, sondern dein neuer bester Freund? Hi! Wir präsentieren den Be-Bot. Er vernetzt dich mit der Welt wie nie zuvor. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ganz ohne Grenzen. Erschaffe. Spiele. Und erlebe eine neue Welt der Freundschaft. Der Be-Bot. Lass uns Freunde sein. Alles Gute nachträglich, Barney. Wow, Dad, ist der für mich? Baby! Hi! Benutzername eingeben. Ich bin dein, dein, dein. Mein Be-Bot. Be-Bot. Äh. Der Be-Bot mit. Mit dem stimmt das nicht. Das sollte er nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Ich bin dazu, da Freunde zu finden. Braucht Barney denn Freunde? Äh, ja. Sonst, ganz ehrlich, wird er die Schule nicht überleben. Wo willst du hin? Du darfst eigentlich nicht weiter als sechs Meter von mir weggehen. Sechs. Ron läuft schief. Ich bin, Benutzername eingeben, bester Freund aus der Box. Das ist ein, 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 das ist ein. Bis zum nächsten Mal.